Hallöchen! Guten Tag! Mit einem spannenden Ende haben wir die letzte Folge beendet, mit einem kleinen Cliffhanger muss man ehrlich auch sagen. In your way out und damit willkommen zurück mit dem Felix aka the Tiger auf der Baustelle, wo wir ihn im letzten Video haushoch in Armdrücken geschlagen haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Er geht schon. So kann man es uns hier auch ausdrücken. Ja, wie gehen wir denn jetzt hier weiter? Ja komm, hier gibt es ja nicht viele Möglichkeiten. Wir suchen immer noch den Ray, der uns im letzten Video abgehauen ist. Okay, du rechts, dich links oder was ist der Plan? Ich gucke mal da. Achso. Okay, hier im Container. Hello. Die Typen sind auch so geil, ne? Ja, die Chills. Wir setzen die einfach auf dem hier. Ja, die arbeiten, die kriegen genug Geld. Hier, der Container. Hi, da ist er Felix. Pack ihn! Pack ihn, pack ihn, hier! Alter, aber die Tür. Ich glaube es auch. Komm, Felix, Teamwork. Felix, hier bei mir, Mensch. Bewege dich! Bewege dich mal! Komm! Eins, zwei, drei! Okay. Ich habe immer die guten Ideen. Du machst, ich. Okay, ich mache Superman. Komm, runter damit. Bring ihn over here! Okay. Ich packe ihn, warte. Hallo? No, ja, jetzt. All the way down, Vincent! All the way! Ist das Ding schon? Ne, das Ding ist noch nicht ganz. Jetzt! Jetzt! Du musst dich draufstellen. Okay. Wo ist er lang? No, I don't see him anywhere. I don't know where he went. Keep looking. He's gotta be up there somewhere. Der versteckt sich wieder. Oh! Alter! Mit einer Axt! Ich glaub's auch, du! Komm her! Zack! Das ist er. Kannst du irgendwie hoch? Es ist nichts für Aquain! Cut ihn off! Ja! Ja, dann. Yo! Alter, Felix. Action, no! Ich habe ja das Gefühl, er will sich hier runterstürzen, wenn der so weitermacht. Komplett lebensmüde, der Typ. Die Perspektive bei mir und bei dir, was ist so geil, aber. Perfekt mit Männer, aber. Alter, was hat der vor? Oh, komm mal. Lauf, lauf, lauf. Ah ja, stimmt. Leo hat ja Höhenangst. Okay, da hätte ich aber auch Höhenangst. Alter, ist das tief. Schau dir das an. Komm zu mir, es liegt grad zu mir. Ja, pack ihn dir. Pack ihn dir! Das ist extra. Jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Zack! Komm! Jawohl! Pull ihn dir, Fräsi! Oh, nochmal den Bauch. Komm schon. Uiuiui. Und nochmal eine drüber, komm. Alter. Oh, oh. Oh, oh! Felix! Was macht der? Nein, 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 nein. Ich kann mir nicht fester, wenn der... Ja, komm. Alter, ich brauche nur ein Weilchen. Ja, super. Scheiß, das ist so. Und der Typ fliegt weiter. Ich glaube es ja nicht. Ich krieg ihn, 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 pack ihn dir. Hey, Duda. Hi. Boah, Alter. Wir machen ihm einfach mal alles nach. Oh, okay. Ich geh rechts rum. Komm. Hey, Duda. Na? Geht's denn irgendwo mal hin? Wir haben ihn. Sehr schön. Oh, ich weiß schon, was wir vorhaben. Bissl, äh, ah nee. Ich hätte gedacht, wir drohen ihn mit der Höhe, aber wir bitten ihn noch fest. Ich glaub. So, you gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. Whoa. A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Yeah, me too. Let's see if you'll talk or not. Hm, Lampe, Pistole. Oh, ne Brechstange. Also, ne Brechstange. Hallöle! Nailgun. Oh, mein Gott. Das... Oh, ja, 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 ja. Was hast du vor? Nagelpistole. Alter, ne Nagelpistole. Great. Grandpa's back again. Do you know what a nailgun does to a human body? You don't have it in you. Oh, should I demonstrate? Go ahead. Do it. Ha! I knew it! Äh, gib mal mir das Ding. Ja, hm. Ja, bitteschön. Lass, lass mal mir die Nagelpistole. Ich glaub, da ist der Vincent, äh, besser dabei. Blowtorch. You gonna talk or what? I said shit. Yeah? How about this? Oh! 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 Ja, der... der Leo ist der richtige Mann hier. Whoa! Oh! Oh. Ah, ich will so anzünden. Come on. Start talking. Ich sag, start talking! Come on! I ain't saying shit! Fuck you! Give mir mal dieses Ding, Felix! Bitte schön. Wir machen dem mal cross. Nice. So, hallöle! Ich werde dein Gesicht abbrechen, wenn du nicht zu sprechen spielst. F*** dich! F*** mich, hm? Wie geht's dir zu? Woh, 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 woh! Nein, nein, nein! Hahahaha! Oh, bitte! Bitte, mein Dich! Jetzt gehen wir zu. Oh, Miete. Ciao! Ich sag's doch! Wahnsinn! Okay, ich sag's doch, was du willst. Ja? Start zu sprechen! Ja, er ist einfach heilig. Das Gesicht ist ihm egal, aber egal. Ich weiß nicht, wo genau ist, aber er ist in Mexiko. Oh, es hat eine große Maschine da. Es ist die Wahrheit. Ich versuche es. Also da ist der Rat, oder? Ja, da ist er. Sag ihm nicht, was ich gesagt habe. Du sagst mir nicht, was du machst. Okay, okay, calm down, man. See you later. Hey! Let's go. Leute! Ja. Wo geht ihr? Bleib nicht mich hier! Du bist verrückt, ich steige mich! Leute, komm zurück! Die Waffe würde ich nicht da lassen. Die brauchen wir nun mal. Na, eigentlich ja schon. Für Harvey. Ich glaube, wir gehen nach Mexiko dann. Ja. Schau, da haben wir sie. Der ist nur cooler für die Sequenz weggelaufen, als wenn sie... Ach, Mist, hab ich vergessen. Ja. Wir haben schon gemerkt, der Felix ist der, der... Ein bisschen mehr Köpchen einsetzt. Mehr Köpfchen, aber dafür auch, ne? Manchmal auch ein Problem. Weil man hat es ja gerade eben gesehen. Man braucht ein bisschen Wumms auch manchmal. Um an die Ziele zu kommen. Bitte sag, warum er es nicht getan hat, aber... Das wollen wir nicht. Nein Felix. Wir wollen das nicht. Das ist gut. Und ich habe eine Idee, wie diese Schäden zu bekommen. Aber wir brauchen Geld. Wir können nicht riskieren, eine Bank zu holen. Es gibt viel einfacher Plätze, um die Banken zu holen. Wie was? Ich bin immer gespannt. Das könnte man ein leichter ausrauben als Banken. Das fand ich damals schon sehr sehr gerne. Weil ich habe damals, oder was heißt ja... A way out. Und das... Man denkt erstmal, wenn das geht da rein, ein bisschen Gefängnisausbruch, dass man sich das ganze Game damit beschäftigt. Aber es hat eigentlich noch viel mehr dahinter eigentlich. Also das fand ich damals... Mit dem habe ich nie gerechnet gehabt. Also... Das fand ich damals so geil. Background Story hat es ganz viel. Ja. Es geht eigentlich ein bisschen nach Harvey sozusagen. Ich sehe schon wieder die nächste Entscheidungsmöglichkeit, Mensch! Felix! Also jetzt mal ernsthaft, ne? Jetzt mal ganz ernsthaft. Jetzt kommt! Wir haben immer so lange Entscheidungen. Leo behält die Waffe. Er hat die Waffe schon! Also komm! Ja, mein Gott! Sehr gut! Darauf kannst du dich verlassen! Nee! Darauf muss ich bei dir echt X was sagen! Ey, du Rambo, ey! Ich kümmere mich schon drum! Ey, ich werde manchmal echt schon ein bisschen mehr Köpf hinein. Na, dann ist ja nicht spaßig. Wir müssen ja auch mal hier, ne? Im echten Leben geht es nicht um spaßig. Dies ist ein Überfall! So reingehen! Dies ist ein Überfall! Äh, Felix kommst du mal? Warte! Nein, warte mal, warte mal, warte mal! Was hast du vor? Ach, du willst wirklich der Rambo zum reingehen? Äh, warte mal! Oh, hinter eingangen! Lass mich mal checken! Du konntest ja einen auf Unbeteiligte machen! Echt? Woah, hey! Don't sneak up on me like that! Sorry! Hallöchen! Guten Tag! Hey, der eine Typ ist abgehauen, ne? Hast du gemerkt? Der ist rausgerannt! Er ist schon weg! Oh shit! Naja, du wolltest es ja auch Rambo zum Arten wie sie machen! Ja, du hast ja nicht aufgepasst! Na gut, immerhin! Pack den Typen! Also, ein Safe gibts hier! Hier, hier, hier! Komm! Hier ist ein Safe-Safe! Woah, Alter! Felix! Pack ihn dir! Batsch! Boah! Wohle! So, sehr schön! Ey, geh mal zu der Kassiererin! Geh mal zu der Kassiererin! Geh mal zu der Kassiererin! Schau mal nicht, dass die was drückt, Felix! Ja, die hat ne Waffe! Alter, die hat ne Waffe! Den Code brauchen wir! Felix, den Code! Die Kassiererin hat vielleicht den Code! Wer hat den Code? Ja, sag ich, ich will ihnen nicht wehtun! Komm! Ich will dich nicht wehtun! Aber ich will! Gib mir die Kombination! Warte, ich wär da oben! Ich soll reden! Okay, relax! Okay, 137! 137! 137! Sehr schön, wir haben... Ist ein Alarm? Ist ein Alarm? Oh nein! Okay! Weg hier! Wir gehen dann mal! Oh Mann! Da ist der Typ, der entkommen ist! Ah! Verdammt! Okay, fährst du? Ja, ja, ja! Ich kenn mich ja mit Schießen aus, ne? Haben wir ja schonmal gehabt! Gib Stoff, Junge! Mist, haben wir jetzt nicht getankt, ne? Boah! Alter! Jawoll! Nice! Ausgedrinkt! So musste es! Oh mein Gott, ein Auto! So! Dispatch! Ich hatte ein 10.50 in Pursuit! Das ist Johnson! Alter, war das Funkgerät noch größer als das andere, ey! Schon, ne? Damals! Aber das wird sicher so die 80er sein, ne? Von den Polizeiautels her! Und auch von den Fahrzeugen! Wobei, es können sogar 60er sein! Da steht ein Bel-Air! Aber gut! Alright, sehen wir da! So? Wir haben die Schäden! Du vertraust diesen Person? Ich habe sie! Stopp' zu schuldigen, Vincent! Das ist nicht gut für dein Herz! Mein Herz ist einfach gut! Ich will nur wissen, was wir mit uns beschäftigen! Riechst du, Herr Paranoid! Ich vertraue sie, okay? Außerdem, sie hat mir einen verdient! Jetzt gehen wir diese Schäden! Kannst du so sagen? Du musst mehr relaxieren, okay? Ja, ja, ja! Ja, der eine ist ein bisschen zu locker, der andere ist ein bisschen zu... Vorsichtig! Aber auch nur manchmal! Jasmin! Leo! Du bist gut? Ich bin gut! Wer ist dieser Typ? Bis zum nächsten Mal. Ich habe dir gesagt, ich mache nichts mit Strangern. Und dieser Mann, er sieht wie ein Stranger zu mir. Hast du ein Problem mit mir? Ja, ich habe ein Problem mit dir. Hast du ein Problem mit mir? Ja. Auf abgenommen. Das Magazin ist noch drin. Schießen kann sie trotzdem nicht mehr. Wenn du das sagst. Was will ich so unter Schlitzen? Was will ich so unter Schlitten? Lass uns die Schäden holen und wir sind hier in keinem Zeitpunkt. Okay? Okay, Jasmine? Na, manchmal ist es schlauer, ihn reagieren zu lassen. Oh, ja, das sieht gut aus. Ich nehme die M16. Ich nehme die MP5. Oder die M14. Ist auch geil. Oh, aber die obere, die M14 ist schon geil, ja. Na, M16, komm. Das passt perfekt. Jawoll. Das passt doch gut. Felix, drehe mal um hier. Tanzt für mich. Ah. Komm her. Wir haben einen Dreischuss. Komm her. Alter, das ist Molly. Das war ja typisch damals immer. Hast du einen Molly da am Start? Ne, der flascht an sich einfach. Komm, werf. Weiter. Oh, daneben. Komm. Oh, ups. Okay, nochmal. Nochmal. Eieiei, jetzt läuft es nicht so gut, ja. Wo wirfst du die auch hin? Wo wirfst du die hin? Wo wirfst du die hin? Ja, wann ich verwander es hin? Ey, okay, nochmal. Alter, du wirfst es. Alter, wo wirfst du das hin? Okay, warte. Ey, ich kann ja noch mal umwechseln. Ich kann ja nochmal wechseln, ne? Komm, warte. Ich wechsle jetzt nochmal. Weil irgendwie, also die Dreischuss, die überzeugen mich nicht so ganz. Ich nehme die MP. Ich glaube, die ist auch besser. Okay, ready? Und los. Nochmal. Ja, die schießt deutlich langsamer. Nochmal. 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 Alter, ich treffe ja gar nichts. Komm, nochmal. Nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich treffe nichts, Mann. Hey, man muss ja deutlich niedriger zielen. Nochmal. Höh. Was war denn das jetzt? Jetzt. Hast du ein Aim-Bot an, oder was? Also. Ernsthaft? Weil der so verzieht? Schau mal, wie du verziehst, Alter. Ich kenne das jetzt von mir aus den Ausgleichen. Aber ich... Null. Ich muss lachen. Hä? Ich weiß, das war mir wie außer. Alles klar. Das ist aber mal richtig cheaten, oder? Komm, jetzt. Das ist... Das ist... Das ist... Das schaut bei dir genauso aus. Nochmal Flaschen werfen jetzt. Das war ein Ziel. Echt? Okay, lass mich mal, ja. Nö. Tut's nicht. Nochmal. Nein, doch. Du ziehst bei mir auch genauso. Erruckartig, wenn du mal auf bist. Ach so, okay. Das ist... Das ist ja komisch einfach. Okay, ich lass es. Komm. Wir nehmen die. Wir nehmen die. Also, ich würde meiner sehr zufrieden. Ja, okay. Warte, ne. Ich nehm doch die eben 16. Hahaha. Also, äh, irgendwie, äh, schwierig. Aber auf, auf, auf nicht unbedingt so fliegende Ziele passt die Sache. Also. Hahaha. Hätte ich jetzt aufgewacht. Was hab ich denn so getan? Oh, you know. The usual. What about you? The usual. Ach so, abfahren, wenn wir bereit sind. Okay. Wir gehen. Wir hauen ab. Sehr schön. Boah, das ist alles nicht schlecht. Fährt hier einfach mal so mit vier Waffen im Kofferraum rum. Aber wir sind jetzt gewappnet für HW, oder? Guck ich schon sagen, ja. Ich glaub's auch. Jetzt können wir den gut auf die Pelle rücken. Wieso hab ich ein schlechtes Gefühl dabei? Hm. Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay. You know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but he's gonna cost you. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Oh, oh. Und er hätte jetzt nicht gekriegt. Ich dachte, er hätte Talk to ne Kopfhose. Harvey! What's up? I found him! Good job. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Haben wir sehr viel Macht. Hm. Sehr, sehr geiles Haus. Hm. My name is Carol Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. And I'm all alone. Please send an ambulance. Hey, can you stop by that phone booth over there? Hey, can you stop by that phone booth over there? I hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Hm, hm, hm. The Corn Before the Storm. Genau der wichtige Film, der da läuft gerade. Hm. Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get us that plane. Okay. Jetzt sind wir mal in der City hier. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Weiß gar nicht, wo wir der Nähe sind von was. Wann ich auch nicht sein? I still don't have any change for the call. Ja, du brauchst ein bisschen Geld. Betten doch mal bei den Kollegen. Maybe I can get some change there. Jesus, man. You're a mess. What do you want, man? Just leave me alone. How was it? You know, over there. What? Vietnam? Yeah. Was it as bad as they say? It's worse. War, man. Please don't get me started. I won't. Felix, ich glaube, das ist in Ernst allein und nicht verstanden. Ich muss ja nur mal die Klingel testen, sonst hat die auch wirklich funktioniert. Alles ja mal ausprobieren. Es ist eine schöne Nacht, oder? Alles klar, die hat eine Brechstange. Das ist nicht, was es aussieht. Ah ja, okay, dann haben wir Schatz dann aus. Beide auf, es gibt viele Leute. Also? Ich mache nichts falsch. Ne, natürlich nicht. Schau, ich habe ein paar Börgler-Tippe, wenn du sie möchtest. Nein, ich brauche keine. Okay, dann. Good luck. Okay. Okay, Daniel, machst du Referat. Ich kenne mich hier aus, das ist meine Hut. Aber hier kommen wir nicht weiter, das heißt, entweder wir ein bisschen rüber, oder woanders gucken. Ja, ja, aber sie hat ja irgendwas von einem Newsstand gemeint, so rüben, wo er Kleingeld besorgen kann. Mehr rein? So ein Nachrichtenstand. Komm mal mit. Ja. Vincent hat die Telefon zu machen, bevor wir gehen können. Äh, okay. So bist du dem Thema. Da oben ist einer. Komm mal da oben. Oh, guckst du nicht, okay. Aber hier gibt man auch keine Telefon. Ah, hier. Hm. Ja, dann rieb mal mit denen. Ah, nee, ah, stimmt. Hallo, kann ich dir helfen, mit etwas? Ja, ich habe auch keine Telefon zu machen, um eine Telefon zu machen. Oh, sorry, aber du musst etwas zu kaufen, um zu kaufen. Dann sage ich irgendwie, ich habe Pelorin. All right, was sollst du dir empfehlen? Für dich? Ah, ich habe ein paar top-notch-Gerli-Mann-Jams. Ich habe Pärs. Hm. Gib mir ein paar Zigaretten. Filteriert. Sicher. Pff, sure. Sagt er. Hier geht's, du bist willkommen. Klängel nicht vergessen. Super, komm, jetzt kannst du. Wunderbar. Hoffentlich versuchst du jetzt nicht deine Frau anzurufen, sonst haben wir ein Problem. Hm. Gibt wichtigeres. Wirklich? Wir müssen nach Mexiko. Hm. Hm. Hey, es ist Vincent. Ja, ich bin gut, danke. Schau, ich muss nach irgendwoher fliehen. Uh, morgen. Kannst du das funktionieren? Aber ich habe gesehen, dass du mit ihr flirtatest. Okay, great. Nein, ich habe es nicht. Schade, Mann. Ich habe dich nicht mehr, wir sprechen hier. Hey, what? Wann? Du bist richtig, es ist nichts in meinem Geschäft. Ja, du hast das richtig. Aber trotzdem, flirtet mit jemand anderem, wenn du alt bist. Okay, okay, danke. Dann wirst du von deiner Frau erfahren. Ja. Hey, hast du uns ein Flugzeug bekommen? Ja. Ja, ich habe es. Aber ich muss gehen. Was? 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 Ich bin gut. Ich bin gut. Aber ich muss da sein, woanders. Ich muss da sein, woanders. Hey, du kannst nicht einfach weggehen. Ich bin nicht weggehen. Aber etwas passiert, und ich muss da sein. Okay? Vincent. Wir sind zu weit weg, um zu zurückzuhren. Du musst mit mir sprechen. Dich, was passiert in deinem Kopf? Ich spreche mit mir. Ich kann nicht über das. 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 Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht über das. Ich kann nicht über das. Deineuciones meinen Kindern einziehen. Unsere Waffe sind wahrscheinlich im Auto. Habt ihr ein dreifach Bildschirm hier gesplittet. Links rum oder? Komm 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 her. Ja ja ja. Uh das wird eng. Komm komm komm. Haltes, Haltes, Haltes. Ok. Wie kommen wir hier weg? Da oben? Müssen wir das hinschieben? Ne. Das geht so. Oder? Alles nicht. Achso. Ok. Ah ich verstehe. Ok. Dann kannst du so rüber. Schieb, schieb, schieb. Der Typ kann seine ganzen Magazine reinballern wenn er lustig ist. Können wir nicht springen? Ne, kannst du nicht. Komm mach mal schneller hier. Der Typ, das wird ihn nicht ewig aufhalten. Jo. Aber eigentlich sollte das ganz schön stabil sein das Zeug. Okay. Und? Kannst du mir jetzt helfen? Hochhelfen? Oh oh, der hat die Axt gefunden. Alter. Komm 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 komm. Uiuiui. Komm. Hilf mir. Und hopp. So jetzt in die Luftschacht rein. Komm. Schnell. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aber ziehen muss er nochmal üben, der Kollege. Aber der kommt da ja nicht hoch, ne? Ah, der nimmt den anderen Weg. Okay, vorsichtig hier Felix, vorsichtig. Da können wir was schieben. Wir schieben das nach rechts. Ah, ja verstehe, ja verstehe. Das ist der Kunde so. Wir haben aber kein Licht mehr. Da soll das Licht über uns zerschießen. Okay, geh hinter. Lauf. Immer schön dran bleiben. Das blöde ist da. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte noch. Warte noch, warte noch, warte noch. Nicht zu flott jetzt, ja. Jetzt bin er so gut wie über in das Post. Jetzt kannst du runter. Hau ihn weg. Komme. Halt durch. Jetzt bin ich runter, komm. Wupp. Guten Tag mein Freund. Alter. Jetzt bin ich weiter. Hier. Hier. Jetzt bin ich nach frei. Mit Irgendwas, ich habe ihn. Ich habe ihn. Keep work. Komm! Schneller Felix, schneller! Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Schau, ich weiß, was mit dir passiert ist, aber wir müssen mit dem, was wir begonnen haben. Ich weiß es, was ich? Ja, ich weiß. Dann warum du willst du wieder verlassen? Das ist meine Frau. Sie ist in der Krankenhaus. Was ist der Problem? Wir hatten nur ein Baby. Das ist gut. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Ja, das ist gut. Danke. Du bist nicht so glücklich. Ich bin froh, ich bin froh. Es ist einfach... Es ist wirklich kompliziert zwischen mir und meiner Frau. Schau, kompliziert oder nicht, musst du gehen und ein Kind sehen. Alles, was passiert zwischen mir, auch du. Es ist immer ein Kind. Ich weiß, du bist richtig. Natürlich bin ich. Du kennst, ich bin. Ja. 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 Du hast uns den Planeten, nicht du? Ich habe es. Hier ist was, was wir machen. Wir gehen zum Hospital. Wir gehen, wir sehen deinen Kind, und dann gehen wir den Planeten. Du mit mir? Ja. Ich bin mit dir. Ich bin mit mir. 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 Du kannst mir mit mir. Okay, dann. Los geht's. Los, los geht's. 매�Milleurs. Einige. Einige. Das wäre schon Primary. Im Hospitalen Dieseuppшsequen, dein Kinder delegiert Dr. Ich will nur sagen. HauptsChristck grünen, ich... Ich habe das nicht gesagt, dass ich es nicht so gut gesagt habe, aber es ist ja, es ist eine gute Sache, zu sehen, deine Kindheit zu werden. Ja, ich kann es mir vorstellen. Was ist falsch, Mann? Was ist das Problem mit dir und deinem Frau? Schau, Carol ist die Liebe meiner Leben. Wir wollten immer ein Kind haben. Wir probieren für Jahre. Every time we failed, was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Manchmal sind es die nicht so schönen Wege. Ja, das stimmt. Ne? Das ist das Stichwort, mit dem wir diese Folge beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben auf jeden Fall einiges mitgemacht in der Folge. Ja. Und jetzt wissen wir auch, in welchem Flieger wir sitzen. Schon ewig. Und dann diskutieren, ne? Ja. Das ist der Flieger zu Harvey. In diesem Sinne, meine Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Liken, Abo und Glocke nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.